Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 19.07.2021 und die Bären vom Ende der letzten Woche haben definitiv erstmal Eindruck hinterlassen. Ja, also ein Freitag, wie er nicht oft vorkam in den letzten Wochen, das muss man ganz klar sagen. Wir hatten darüber gesprochen, dass es durchaus denkbar ist, dass er oben aber halt auch nicht zu weit zurückkommen darf, weil er sich sonst eben wieder sein Konterpotenzial eröffnet. Wir hatten darüber gesprochen, so über 7.10 sollte halt einfach nicht gehen, weil über 7.10 er dann theoretisch schon wieder die Umkehr fast drin hätte, aber wir haben auch gesagt, dass so überhalb von 6.70 das schon grenzwertig wird und der DAX sich dann auch leicht eben durchziehen kann. Er hat es zum Glück hinbekommen, hat sich aus der, wir haben es ja als Shortzone bezeichnet, auch wenn ich gesagt habe, dass es jetzt von mir keine favorisierte Shortzone wäre, weil es kein Bärenmarkt ist, aber in einem Bärenmarkt, haben wir gesagt, wäre das die perfekte Shortzone, um eben auf neue Tiefs zu kommen und das hat er ganz gut aufgenommen und auch zum Freitag, vielleicht auch genau deswegen, weil viele damit gerechnet haben, dass er jetzt zum Freitag wieder komplett auskontert, aber weiß nicht, die Argumentation, die würde ich, wenn ich meinen Zuschauer wäre, eigentlich nicht gelten lassen, weil die letzten Tage war es auch immer so, dass der Konter nahezu auf der Hand lag und dann trotzdem kam. Also so von wegen, haben zu viele Leute in den Kontakt gewollt, deswegen ist er nicht gekommen. Es war ja eigentlich jetzt jeden Tag immer so gewesen. Also Fakt ist, wir sind weiter runtergegangen, wir haben die nächsten Ziele abgearbeitet, die 5.50 und die 5.10. Wir haben aber auch wieder, trotz, dass er am Freitag nicht ausgekontakt hat, eine Regelmäßigkeit mit drin. Das haben wir so ganz am Ende des Videos von gestern, also für den Freitag, hat man das noch, oder hatte ich das noch mit eingeworfen, so noch schnell mit dahinter geklatscht, das ist Verfallstag gewesen. Und wir hatten schon mal einen Verfallstag, vor vier Wochen. Der einzigste Freitag im ganzen Umkreis, der mal wirklich rot war. Und ja, nun ist es wieder einer geworden. Das war der andere gewesen hier, das war der Juni-Verfall. Auch der hat richtig schön nach unten überrascht. Dann kam ein kräftiges Abwärtsgap und wir haben uns sehr darauf vorbereitet, was passiert, wenn der Markt aus dem Band rausfällt. Es kam ein kräftiges Abwärtsgap und der Markt hat das aufwärts, der hat von früh an, der hat die Ass von der ersten Minute an, kamen nur grüne Kerzen und dann hat er bis zur letzten Minute durchgezogen. Das war der letzte Montag nach einem Verfallstag, nach dem Juni-Verfall. Jetzt sind wir zum Juli-Verfall auch wieder tief runtergegangen und liegen wieder fast in gleichem Abstand zum unteren Bollinger-Band. Sollten wir jetzt wieder per Abwärtsgap reinkommen, er hat schon am, wartet mal, nee, jetzt erzähle ich Quatsch. Er hat das Gap offen gelassen, das kann ja nicht sein, zu gestern, nee, das hat er, das ist zu gewesen, aber ich glaube am Vortag war hier nicht den Gap offen, ich sehe es jetzt nicht, wir gucken gleich nochmal in zwei Stunden, ich sehe jetzt hier kein offenes Gap in der Bewegung drin, auch wenn ich der Meinung bin, dass da ein offenes Gap war, aber es soll jetzt erstmal egal sein. Fakt ist, wenn der jetzt hier einen Gap macht und der geht unter das Band runter und das liegt bei 420 und er arbeitet dort weiter und macht es nicht zu, sondern lässt das Abwärtsgap offen, dann hat er nach unten freie Falltiefe. Freie Falltiefe heißt, er kann machen, was er will. Er hat dann zwar bestimmte Zonen, die als Unterstützung fungieren, wie zum Beispiel hier dieser Doppelboden, kann man erst schon so sagen, hier im Bereich um 300, das wäre dann quasi eine Anlaufstation unterhalb von 420 und wenn aber auch der Boden nach unten bricht, kann er drunter schlagen, wie er lustig ist halt, kann er machen, was er will. Kann er sich irgendeinen Bereich aussuchen, der ihm besonders gefällt und dann hochdrehen. Man könnte natürlich jetzt mit verschiedenen Methoden da ein paar raussuchen und favorisieren, das möchte ich aber nicht, nicht weil ich das nicht kann oder euch das nicht zeigen will, sondern weil ich davon ausgehe, dass es sich eh einen anderen aussucht, wie die, wo alle jetzt drauf gucken. Und er hat halt da unten seine 200-Tage-Linie und ich könnte mir eher vorstellen, dass er Stück für Stück sich dann da einfach so ein bisschen hinbuddelt. Wenn er denn überhaupt, also A, wir brauchen das Abwärtsgap unter 420 oder zumindest ein starkes Rausstellen hier unten, dann muss die 300 fallen und dann kann er unten ausarbeiten. So und er merkt hier schon, das sind schon auch so ein paar Sachen, die er machen muss, auch wenn er Freitag schlecht war oder schwach war, ist das noch kein Selbstläufer hier. Absolut nicht. Er hat nämlich noch nicht mal ein tieferes Tief und das sind etwa aktuell 61 Prozent, Fibonacci-Goldner-Schnitt, was er von der Anstiegsbewegung jetzt nach unten weggetragen hat. Das heißt, ich würde am Montag, trotz dass es sich nach unten gut eingedreht hat, schon wie die Vortage hartes Maß anlegen. Ich will von ihm die Leistung sehen. Ich will, dass er unten aus dem Band rauskommt. Wenn er das schafft, dann darf er gerne laufen. Dann kann er sich die Ziele aussuchen. Das wird wahrscheinlich so laufen, dass er erst mal hier in dem Bereich hier, dann, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 1515 bis vielleicht 1449, 1429, dass er da dann, wenn die 300 fällt, reinsticht und erst mal wieder zurückzuckt, sich reinstellt und antäuscht, dass er wieder umdrehen und hochdrehen will. Dann wird er sich hochdrehen, wird hier wieder runterdrehen, wieder runter, dann wieder kurz zurück. Der wird wahrscheinlich nicht am Stein hier durchfallen. Das wird hin und her und hin, sodass selbst die, die hier unten short einsteigen, alle nochmal ausgestopft werden. Weil das macht der DAX einfach immer so. Kann man sich dann hinterher hinstellen und kann sagen, das ist aber ein Missvieh, den kann ja kein Schwein handeln. Oder man rechnet das halt vorher einfach schon mit ein. Arbeitet mit Teilverkäufen. Sieht vielleicht auch hier oder da dann mal einen Stopp nach. Nutzt Rückläufe für neue Einstiege. Das sind so probate Mittel, mit denen man gut greifen kann. Aber ich würde es trotzdem dabei belassen, hier in dem Bereich keine konkreten Ziele eben mitzugeben. Die 300 ist wichtig. Dann haben wir hier nochmal einen Boden bei 38. Das sind so die großen Punkte. 38 und dann ist eben hier die 200-Tage-Mine. Das sind so die großen drei Punkte, die auf der Unterseite sind. Aber das ist alles jetzt erstmal noch Zukunftsmusik. Denn er muss aus dem Bollinger Band runter raus. Das ist A. Das wird nicht leicht. Und er muss die 300 rausnehmen. Das sind zwei Sachen, die erstmal schwierig werden. Und wir sehen die Tageskerze, die nach dem letzten Verfall kam. Und die ging volle Möhre nach oben. Das heißt, wenn wir uns den jetzt untergeordnet mal so ein bisschen anschauen, sehen wir, dass er schon durchaus hier in dem Bereich von diesem 61er-Trace und ganz schön gezockt hat. Hat schon gut nach oben angeschoben. Auch wenn er es noch nicht umgedreht gekriegt hat. Sollte der jetzt zum Montag kaum markant tiefer gehen, vielleicht gar nicht erst mit einem Abwärtsgap reinkommen, und hier eher sich im Bereich um 500, 55 weiter stabilisieren und dann aufdrehen. Ich meine, man kann hier eine Trendlinie ziehen. Die wird relativ schnell in dem Bereich um 550, wo vielleicht jetzt aktuell noch 15, 600 liegen. Sodass man dann sagen kann, in dem Moment, wo der DAX dann die Trendlinie bricht hier, dann ist der Abwärtstrend erstmal beendet, und dann kann, dann kann, dann kann eine Aufwärtsbewegung wiederkommen. Und das heißt, oder wartet, wir nehmen lieber eine Projektion, vielleicht ein bisschen, und dann würde sich der Markt an der vorherigen Aufwärtsbewegung orientieren, von dem letzten Tief, was er gestellt hat, und dann quasi hier diese Ziele nach oben mitnehmen. Ja, das heißt, dann sind wir schlagartig, schlagartig wieder bei Zielen um die 15, 87, und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wenn unser DAX nach oben arbeitet, am Montag, auch nach 10 Uhr, nach 11 Uhr, nach 12 Uhr, wenn der dann noch weitere Tagesrucks macht, dann ist das nicht das, was ihm dazu hilft, dass er unten dann rauskommt. Der Montag ist mit der wichtigste Tag in der Woche beim DAX. Ja, weil er sich dort meistens immer schon ein bisschen diese Wochen, Wochenperformance, beziehungsweise auch die Wochenorientierung, die Wochenrichtung einfach ein bisschen hinstellt. Das gibt nur, ähm, naja, ich würde nicht sagen, es gibt wenige Wochen, wo es später entschieden wird, das wäre Quatsch, das wäre auch inhaltlich nicht richtig, aber es ist trotzdem so, dass insbesondere in bulligen Wochen, der Montag immer ein bisschen den, schon mal schon die ersten drei Tage vorgeht. Was haben wir oft gesehen? Wir haben oft gesehen Aufwärtsgewegung, das wurde abverkauft, dann ging es erstmal bis Mittwoch, Donnerstag runter. So ein langsames, träges Abgleiten. Aber wir haben auch schon gesehen, dass der Montag sich lange oben rausgestellt hat und dann Dienstag, Mittwoch einfach weiter hochgegangen ist oder zumindest seitwärts zur Seite stehen geblieben ist. Ja, deswegen ist der Montag unheimlich wichtig. Sollte der wirklich nach 10 Uhr, nach 11 Uhr, nach 12 Uhr, irgendwann weiter Tagesrucks, dann kann der bis zum Tagesende durchziehen. Dann wird auch der Dienstag wahrscheinlich uns nicht nach unten bedienen und auch der Mittwoch noch nicht. Ne, sondern dann geht es Stück für Stück eben weiter wieder hoch und dann würde ich es schon sagen, Station 1 wäre dann hier so im Bereich um 6,30. Ne, dann wird dann wahrscheinlich der Aufwärtstrend liegen, wenn das direkt angeht, wenn das später angeht, so der Bereich 600. Ne, aber so 6,30, 600, das wäre eine erste Anlaufstation nach oben. Geht der drüber, wäre für mich schon positiv eigentlich. Ne, weil dann nimmt der der ganzen Abwärtsbewegung die Dynamik, das Überraschungsmomentum, den Druck und so weiter und so fort. Ja, deswegen würde ich oberhalb von 6,30 schon so ein bisschen skeptisch werden, vielleicht die eine oder andere Short-Position reduzieren, sogar vielleicht eine Long suchen, weil wir dann Richtung 6,70 gehen und wenn wir über die 6,70 gehen, das bleibt auch weiter so, gehen wir auch wieder an die 800 ran, an die 7,80, 800 und wenn wir darüber gehen, geht es dann auch weiter Richtung 9,40, die ja schon seit Wochen irgendwo offen ist. Ne, das ist einfach so. Ja, so, das heißt, wir können den alten Pfeil hier nochmal ein bisschen mitnehmen, können wir hier ransetzen. Ja, das ist, das ist so die, 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 der Ausweg, den wir dahinter haben. Ich weiß nicht, ich habe keine Glaskugel, es geht auch nicht darum, dass ich ganz genau weiß, was morgen passiert. Ich versuche mich nur vorzubereiten auf das, was kommt. Weil jetzt, ich will nicht früh drinstehen mit fester Meinung, der Markt fällt morgen 300 Punkte oder steigt 300 Punkte und wenn ich dann falsch liege, verliere ich halt 300 Punkte, weil ich in die falsche Richtung gehe. Das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist, mich damit jetzt auseinanderzusetzen, was kann denn oben passieren, was wäre typisch, was müsst ihr dafür machen und was auf der Unterseite. Ja, so, dass ich früh eigentlich bloß machen muss, Computer an, Bildschirm an, gucken, DAX-Chart auf, wo ist er gerade, ist er unterhalb, notiert er hier unterhalb davon, notiert er oberhalb, ist er stabil zur Seite, bringt er grüne Kerzen rein. Dann gucke ich, okay, sehe ich das, dann sehe ich keine Schwäche oder sehe ich Schwäche. Sehe ich Schwäche, suche ich mir Short-Position. Sehe ich, dass der sich aufdreht, suche ich mir Long-Position. Die reduziere ich im Bereich um 6,30. Gucke mir das an, was er hier macht. Das ist eine Widerstandszone jetzt erstmal. Geht er aber drüber, geht er auch über 6,70. Baue ich mir weitere Long-Positionen auf, versuche hoch zu handeln bis in den Bereich 87, 800 oder gar 49. Kippt er mir hier unten allerdings weg, bringt er weiter Druck drauf. Ist das eher ein Grund, um Short-Position reinzunehmen? So würde ich rangehen. Deswegen sitze ich auch da in der Analyse und sage, mir ist es grundsätzlich egal, oben und unten sind mir einfach die Bereiche wichtig. Mir ist wichtig, dass ich das und das sehe. Und wenn ich das sehe, dann kann ich das auch handeln. Das ist aber wichtig, falls der eine oder andere da steht und sagt, hier kann steigen oder fallen, was soll ich denn damit anfangen jetzt? Es geht nicht darum zu wissen, wo, sondern einfach, wie reagiert der DAX in bestimmten Situationen und was kommt danach. Weil dann habe ich einen Wahrscheinlichkeitsvorteil und kann mir dort die Punkte ziehen. Natürlich kann ich niemals genau wissen, dass er das auch hundertprozentig macht. Aber er macht das sehr, sehr, sehr oft und damit habe ich einfach einen Wahrscheinlichkeitsvorteil im Gegensatz zu, ich werfe immer eine Münze. Ja, aber man muss die Analyse dann auch wirklich in diesen Einzelteilen betrachten. Man muss wirklich hingehen und sich früh einfach kurz die Mühe machen und sagen, hey, der Martin hat erzählt, 6,30 oben gucken, wichtig. Er hat gesagt, unter 4,20 könnte dann Druck nach unten, wenn das Abwärtsgeld nicht aufgekauft wird direkt, ja, bleibt da unten, bringt er weiter Druck rein, dann kann er bis da und dahin, dann sind das und das Ziele, dann ist die 300 wichtig. Das heißt, wenn ich einen sehe, der ist unter 4,20, dann arbeite ich eher nach unten, dann gucke ich in die 300, dann gucke ich auf, wie reagiert denn die 300 da und die ist ja so wichtig. Haben wir in der Analyse besprochen und so weiter und so fort. Arbeitet ihr ja oben auf der Oberseite, dann sollte nicht das Ziel sein, hey, der Martin ist ja auch Schwachsinn hier, der hat hier ein Bild mit Bären gezeigt. Das bringt euch nicht weiter. Könnt ihr euch aufregen, wie ihr wollt, aber das bringt euch nicht weiter. Weiter bringt dann einfach zu gucken und zu sagen, okay, er ist jetzt stärker als alle gedacht haben, Überraschungsmomentum liegt oben, dann probiere ich halt einen Long. Und geht einfach so damit, und ich glaube, damit fährt man besser. Mehr kann ich da nicht helfen in diesem Sinne. Okay, damit habt ihr alle meine Gedanken gehört, alle die Bereiche, die mir wichtig sind. 6,30 wie gesagt, für mich so, ich will nicht sagen, Messers schneide, aber viel höher will ich nicht sehen am Montag. Ist er drüber, also über 6,30. Geht's halt wieder 800, 900. Hätte ich nicht unbedingt viel Lust zu, aber nützt nichts. Der Markt hat immer recht und da hilft nur mitgehen. Mitschwimmen, mit dem Geld schwimmen und sich nicht dagegen stellen halt. Und wenn die 6,30 da überbrochen wird, glaube ich, sehen wir auch eine 6,70. Geben wir über 6,70, dann ist alles nach oben wieder frei. Und dann macht er das, was ich euch da gerade gezeigt habe, hier den da. Dann macht er zwei gleich lange Aufwärtsbewegungen, orientiert auf die. Das heißt, unten wird für mich wirklich wichtig, dass ich sehe, dass er weiter bestätigt. Er muss mir jetzt weiter die Signale bestätigen, damit ich auch im Tagesschart eben sehe, dass er wirklich da vielleicht mal Richtung 200-Tage-Linie zurückhält. So, und sehe ich das nicht und arbeitet er hier nur wieder nach oben. Er steht ja irgendwann da oben wieder an dieser Keilinie halt. Und noch sind wir im Entscheidungsbereich. Noch ist keine klare Trendlage. Es ist seitwärts hier seit Wochen. Geht es nur zur Seite. Es ist kein klarer Aufwärtstrend. Es ist aber auch kein klarer Abwärtstrend. Es ist einfach nur Geschiebe zur Seite, bis ich wieder ein neuer Trendabschnitt formen kann. Der liegt hier nicht vor. Der diktiert nicht vor. Auch wenn der ein oder andere sagt, es ist noch ein klarer Aufwärtstrend, übergeordnet ja, von hier kommt. Aber im Moment ist es einfach nur Geschiebe. Und das seit mehreren Wochen. Das heißt, er braucht jetzt hier ein höheres Tief. Und wenn er dann ein höheres Hoch reinkriegt, dann kann er auch wieder Trenddynamik aufgehen. Dann kann er auch wieder 1000, 2000 Punkte am Stück durchziehen. Das kann aber auch unten, wenn er das Ding umkippt. Aber das ist noch nicht so weit. Und das ist mir ein bisschen wichtig zu betonen. Das riecht sehr schön, wie als könnte unten die Dose öffnen. Aber das Signal ist noch nicht da halt. Also für das große Bild auf der Ebene. Für das kleine Bild, das hatten wir ja schon vorgestern, das Signal, wo er unter die 7,10 drunter geknallt ist. Beziehungsweise am Donnerstag hat er im kurzfristigen Bereich hier das erste Signal gegeben, in dem Moment, wo er die 7,10 gebrochen hat, seinen Aufwärtstrend hier nach unten. Und eben nicht gezeigt hat, dass er über 800 weiterarbeiten wollte. Hat er kurzfristig das Potenzial eröffnet. Aber jetzt geht es auch darum, langfristig was draus zu machen aus diesem Freitag, Donnerstag, den wir schön hatten. Und dafür muss halt wirklich echt, das muss passieren und das muss passieren. Vorher zu viel Motivation. Kann auch schnell umgedreht werden wieder. Kennen wir. Also seid da ein bisschen offen. Guckt euch den Montag an. Wie kommt der rein? Und dann wird man das relativ früh schon feststellen können. Also da reicht schon einfach 10 Uhr, 11 Uhr gucken, wo steht der, das reicht schon vollkommen aus. Kann ich schon beurteilen, ist der gut drauf oder ist er schlecht drauf. Wenn er mit einem Abwärtskipp unter 400 reinkommt und ich sehe da nur rote Kerzen, dann ist das keine Stärke. Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen und ja, was kann ich euch noch wünschen? Bleibt gesund. Also ich mache hier aus, wünsche euch was und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschö.